Die Physiotherapie Carmen Mishuta in Berlin-Lichtenberg bietet Ihnen einen großen Leistungsumfang an. Massagen- und Krankengymnastik, Warm- und Kaltanwendungen, Wippelsäulengymnastik, Sportliches wie Pilates und Entspannung, zum Beispiel Qigong und autogenes Training. Bei uns finden Sie Ihre gesuchte Therapie. Wir bemühen uns um Ihr Wohl in besonders ruhiger und entspannter Atmosphäre. Deshalb arbeiten wir mit Ihnen in ausschließlich separaten Behandlungszimmern. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin. Wir werden für Sie und Ihre Gesundheit da sein.